Ja, Zwege, ich weiß halt nicht, wie lange wir jetzt noch machen, wenn jetzt gleich mehrere Leute gehen, aber, ja, let's go. Let's go. Let's go, ich kill euch alle. Da muss sich jemand muten. Oh, ich stehe wieder zuerst. Oh nein! Jetzt bin ich im Poster. Hab ich mich gemutet? Ich hoffe, ja. Mit wem bin ich gekommen, Poster? So, erstmal wenden. Wer will zu gucken? Warte auf. Du hast die nicht gemutet. Bitte, wenn. So, ich fälsch jetzt die mit Task. Warum muten die sich nicht? Die Akta, Maystone, was vielleicht blut ist. Warte, mute euch. Könnt ihr euch mal muten? Entmuten, okay, ja, das kann. Ah, sind die nicht gemutet. Ich wollte meine Tats machen, was soll das? Ich störe es. Das tut mir sehr leid. Könnt ihr euch mal muten, wenn die Runde anfängt? Das ist ein bisschen verwirrend, wenn Leute reden. Das wäre super, wenn ihr euch mutet. Ja. Also, Frage, Wully. Äh, Lower Angel, ich kann Elfney prüven für den Kill, weil sie ist mit mir die ganze Zeit, glaube ich, mitgelaufen. Warst du Elfney, oder? Ja, ich bin die Elfney, ich bin die Junge. Also, ich war mit, glaube ich, mit... Ich kann... Ich kann Zwerge prüven. Ja, ich war mit Sky zusammen, ich war mit dem Sky-Baker. Charles, können wir auch prüven. Sie ist nämlich, ähm, sie ist wahrscheinlich in Navigation gewandet, aber... Ja, genau. Nein, äh, ja, Charlie kann den Puchskill auch nicht gemacht haben. Elfney nicht, ich nicht, weil ich und Elfney uns auch gegenseitig prüven können, weil wir zu zweit zum Reaktor gehen wollten. Wer war jetzt Reaktor? Ich war mit Sky im Reaktor. Ja, und ihr habt nicht gefixt. Doch, irgendwer war... Ja, klar. Wir hatten die Part gefangen, dann kam der Report. Okay. Ja, ich war da unten. Also, Charlie kann's nicht sein, Elfney kann's nicht sein, ich kann's nicht sein, Sky und... Swergi prüven sich auch. Seid ihr die ganze Zeit zusammen gelaufen, Sky und Swergi? Nicht wirklich, aber die Hälfte. Wer hat auch die Atome da weggeschossen? Was für Atome? Atome? Ja, die Reapons auf dem Stuhl. Das sind Kometen. Ich hab die Neutronen von den Protonen getrennt und dann hab ich die, äh, 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 die... Ich sie nicht so reinfangen. Also, ich würd mal sagen, Skip oder was? Ja, direkt, direkt, wo warst du? Ich bin für Skip. Ich dachte, wir sind uns eins, dass ich es bin, oder? Also, ich finde, der Skip-Vote-Button ist ziemlich sass. Also... Pink ist immer sass. Ich wollte die Person nicht für mich sass. Also, ich finde, der Skip-Voting-Button ist ziemlich sass. Wir müssen nur rauswählen. Wer hat für mich gebaut, das? Das war echt... Warum? Weil es kein Toil war das. Ich bin ge-mutet euch, verdammte Scheiße. Digga, ich war im Projekt an den Gef... Gemutet wird sich während der Runden. Das ist doch hier... Während der Runden habt ihr nur, um mich zu hören. Was mache ich hier eigentlich? Ich fälsche mal diese Task hier. Wir müssen für Aufsehen erregen. Für Aufsehen erregen? Irgendwas. Juuuut. Da einmal fertig die Cafeterie, ja. Ich bin natürlich immer ein megamäßiges Hass, weil ich nicht weiß, wie die Tasks sind. Ich bin immer massiv fälscher. Was soll ich jetzt hier in der Elektrik? Ich task hier. So, den Reaktor habe ich noch oben eine. Könnte ich jetzt wenden. Wäre jetzt aber ziemlich blöd. So, hallo, Bluebreaker. Ich bin swag-made unterwegs. Das ist nichts Dummes machen. Ich mache die ganze Zeit Dummes, aber eher. Das ist doch wieder das Hass. Wenn es sofort abkommen bin, ist es auch wieder das Hass. Ich mache mich doch wieder an. K2 schafft niemand auf dem ersten Versuch. Oh, Charlie, ich dachte, das ist die Wendung. Was ist los? Was ist hier passiert? Wer es tut? Upper Engine. Charles, das ist mein Upper Engine. Zum dritten Mal. Oh Mann. Ich war richtig gerade auf dem Weg Richtung Elektrikkel. Ich bin in Elektrikkel. Ja, das sind zwei Leute, das sind Elektrikkel. Hey, was ist die Brustin gelaufen? Über Cafeteria zum MedBare und dann das MedBare raus nach dem Scannen und habe dann halt Charlie da liegen sehen. Der Arm und Charlie. Wer war denn jetzt alles Elektrikkel? Ich. 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 Wer von, von wo seid ihr aus noch Elektrikkel rein? Ich bin. Ich bin. Sky? Links. Ja. Das ist auffällig. Links. Ich war rechts. Ich bin ja auch von links gekommen, ich habe Sky nicht gesehen. Ich bin ja auch der Braune hier. Ich bin ja auch der Braune hier, ich komme von rechts. Ich komme im Reaktor. Das ist ziemlich stark. Das ist direkt daneben. Ja, gut. Es ist halt das Licht ausgegangen und da bin ich runtergelaufen. Von wo links kamst du? Und das ist geil. Von Reaktor. Hatte ich jemand irgendeinen Verdacht für irgendwen oder? Ich bleibe bei Chaos. Gibt es jetzt hier wieder auf Skip? Aber aus welchen Gründen? Also ich bin der Meinung, dass ich Chaos Theorie, also seinen Werdegang bestätigen kann, weil ich über Admiral Penner gesehen habe, dass jemand nach Mad Bay gegangen ist und dann von Mad Bay raus zu Upper Engine. Aber... Aber es kann ja sein, dass es jetzt Half-Report ist. Ja, aber da war schon eine ganze Weile zwei Personen in Upper Engine und dann ist auf einmal noch eine Person in Upper Engine gewesen und ja, also... Ja, aber die Person, die Upper Engine war, war da, bevor Chaos reingegangen ist. Sprich, da waren zwei Personen vorher und nur eine Person ist rausgegangen. Wieso? Ja. Und die waren eine ganze Weile in Upper Engine. Also das war ja nicht nur so zwei Sekunden, zack, und dann wieder weg. Das waren so mindestens fünf Sekunden, wo die beide alleine waren und fünf Sekunden weiter, dass eine Person alleine in Upper Engine war und du brauchst keine zehn Sekunden nur alleine oben in Upper Engine. Hm. Also... Hmhm, 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 hmhm. Wie gesagt, ich bin für's Gebirge. Ich hab meinen K2 voll verkackt. Ich hab mich nicht gekonnt. Okay. Ähm, Jonas, du meintest, du kamst auch von links, so wie ist es geil? Ja, deshalb hat mich Sio gewundert. Ich war in Lower Engine, wurde da eingesperrt und dann war das Licht aus und ich wollte Licht fixen. Okay. Wir haben Auge behalten. Beide. Ich glaube, es sind die beiden mit dem K2. Wo war, wo war, wo war er denn? Sven, du musst noch voten. Also ich war jetzt erst das O2, dann bin ich Communications und dann von 2 jetzt noch Admin. Ah, danke für den einen Vote. Wer war der Sack? Wer war der Sack? Wer hat mich gebaut? Den haben wir wieder gerne. Einer hat mich gevotet. Wer war das? Wer hat mich hier gevotet? Das kann doch nicht sein. Ich habe mich nicht. Ich habe die Aufgabe abgebrochen und bin hier gleich mal rüber. So. Ach, jetzt, 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 jetzt hätte ich den Blauen umbringen können. Das wäre mega cool gewesen, weil die da drüben sind. Ich hätte mega easy können. Ich hätte mega cool gewesen. Ich hätte mega cool gewesen sein. Ich hätte mega cool gewesen sein. Unseroli in der cùng hat. Ich habe immer Glück gehabt, dass wirklich die kleine Dinge hinzube cause ich denke. Um 2 Achträgen. Zum 2 Achträgen. Hierанс Cross이에요 kommer ich den Bremsen? Ich werde kurz Gracias pro Isaiah tirodack und beставляt. Ouh, auuh. ähm war noch irgendjemand mit mir gerade in camps nein oder bevor du sagst wo die leiche liegt war noch jemand camps ihr könnt aber bestätigen dass die kämpfe an waren ja okay skypeckers gewendet wo liegt die leiche lektrücken oben bereich mehr recht so skypeckers gerade in diesem gang vor navigation gewendet ich bin auf jeden fall gewendet ja definitiv hundertprozentig ja auf jeden fall natürlich auf jeden fall so los da ist auch imposter und sven ist auch imposter wir alle sind im posten jetzt haben wir also nie chaos chaos also kommt das problem ist chaos kann ich ja von von diesen einklern auf jeden fall ausschließend vom laufweg her jonas meinte er kam von links und hat es gar nicht gesehen und sky ist jetzt gerade gewendet also es ist für mich sky auf das wenn jetzt einfach so skype verdächtig das finde ich schon ziemlich fast ich habe davor habe ich jonas und skype verdächtig weil sie beide von den schaden und chaos konnte ich ausschließen du warst halt in admin bevor ich rausgegangen bin aus admin deswegen konnte ich dich für die kill auch ausschließen katie ist jetzt oder so tot aber sie hätte ich auch ausschließen können und dann wäre noch die einzige person die ich wo ich jetzt nicht zu 100 prozent wusste wo er war eric aber eric ist für mich hat jetzt noch nicht einmal fast gewesen deswegen habe ich ihn erst mal ausgeschlossen und dann war es noch für mich jonas und dings der skybreaker und dadurch dass gerade skype gewenden gesehen habe es ist für mich skype einer der beiden imposter ja oder du das mache ich jetzt nämlich ziemlich verdächtig und jetzt auch sass und weil zwerge mich gerade auch so auf mich einschießt das werfen ist weit an posten ja wenn du gerade so oft schlau wenn du gerade auf skype einschießt weil du das klingt dass wenn du so hart auf skype einschießt ist das für mich einfach sass aber wirklich wenn du öfters mit spielst dann weißt du halt dass ich sowas öfters mache vor allen dingen wenn ich genau ein beweis habe und zwerge hat jetzt wahrscheinlich geskript wurde also ja nur ich habe natürlich wenn gewählt weil der sehr saß ist das hat mich der sven auf dem krieger den müsste ich mal müsste ich mal als nächstes kennen jona bleibt jetzt verschont ich hatte außerdem geht und auch nicht fertig geht und das auch in gewisser weise so komm herz wenn es kommt komm her komm her komm her komm zu der die ich mach dich kalt wo bist du mein lieber so ich gucke ich mal security dass der eric jonas 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 ok der steht jetzt jetzt musst du aufpassen wo ich jemanden kenne ich ja die kameras und dann ich gebe dann elektrische was gefährlich sein könnte da war ich eben schon drin so wie komme ich wieder raus was wo wann wie vor dem admin panel wann und ja wann weiß ich halt nicht aber vor dem admin panel ok keine anhaltspunkte nicht ich auch nicht ich habe nicht gesehen habe war das werk ich war halt überall und nirgendwo ich glaube ich war gerade bei navigieren ja ich war gerade bei navigations drüben grün habe ich ja genau was eric habe ich gesehen aber linke helfe richtig ich auch ich war nämlich jetzt gerade in den camps und ich habe das blut nicht in den fritzen sehen es kann nur zwerge sein sorry chaos dass ich dich gesagt wieso bin es ich jetzt wieder ich war bei navigations ja das ist da nicht gerade weit weg ja was ist mit was ist mit was ist mit ich frage ich dich chaos denn was denn so selbst report wenn ich der meinung bist wenn ich der meinung das ist ein knappes voting es muss noch zwei umbringen nicht zwei runden gar nichts machen aber wer ist denn jetzt gelieft aber du ich bin noch nicht gelieft doch ne bin ich nicht doch du bist weg deswegen haben wir gewonnen ja wieso ich lief doch nicht ich habe es auf video ich habe nicht gelieft aber darf ich schon mal kurz was sagen ich brauche nicht gelieft wer die als zweiten als zweiten imposter sterbe dann war das auch nicht absicht dann war das aber nicht absolut der kann mir jetzt mal erklären warum ich gelieft bin ja wahrscheinlich einfach ja das kann ja das kann ja das kann ja das kann ja das ist scheiße das ist scheiße jetzt als imposter gewesen sie ist ja in den camps theoretisch blutscher wenn chaos den kill gemacht hätte und außerdem habe ich und sven musste ich halt ich habe als einfach nach sven gesucht und musste sven umbringen weil weil es wenn mich schon auf dem kicke hatte deshalb muss ich den jetzt weil rein theoretisch hätte erig direkt schalten müssen und ich mit worten müssen weil ich habe extra sogar noch betont aber das wäre jetzt gut ausgegangen für mich verraten 2 zu 2 wenn ich jetzt noch jemanden umgebracht hätte dann wäre es gewonnen aber 2 gegen 1 hätte ich noch gewonnen und dann wärst du rausgeworden worden ja auf jeden fall aber das problem war halt jetzt auch ich fand das halt also du hättest mich rein theoretisch nicht töten dürfen dann kommt noch eine runde ja jetzt mach ich nochmal jetzt sterbe ich wieder als erster ich bin jetzt erstmal weg hier jetzt fehlen zwei jetzt sind wir zu 8 jetzt sind wir zu 7 ich werde auch bis dann dankeschön tschüss tschüss tschau leute noch eine runde zu 7 oder ich geh auch was gerade gut gemacht ich schau gerade mal weil elvox ist noch eben gegen die 8 meist sicher sind wir zu 8 leute oder richtig ja ich schau ich schau gerade bei 8 leuten lieber ein imposter machen zwei sind bei 8 ein bisschen viel oder drei haben wir noch nicht sehen wie viele leute gerade zuschauen ich kann drehe bei 8 das wärs mal gut wow kann man nicht mal mein chat sehen geht das überhaupt was geht das überhaupt 3 imposter bei 8 leuten äh grüße was mit dir das geht das geht das geht aber ist halt eine kurze runde und wenn wenn das serige auch noch mal zurückkommt dann hätten wir ja neuen rügen weil dann kommt mal daher bis zum nächsten Mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal